Wir sind Reporter bei der New York Times und uns war langweilig, darum machten Reporter Hanlink und ich uns auf den Weg und wollten eine Challenge. Fotografiert man nämlich ein Monster, gibt es einen Punkt. Stirbt man allerdings danach direkt ohne das Foto aufzuhängen, gilt das Foto nicht und es gibt keinen Punkt. Nun, viel Spaß beim Gruseln. Ich glaube, es wird jetzt Zeit, dass wir auf die Reise gehen. Hast du das gerade gehört? Hall, Hall, Hall. Hall, 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 Hall. Okay, was war das? Ich mache inverted. Ja, Mann, das ist, das ist Wenger. Chiro, ich weiß, was war das für ein... Oh Gott, ich dachte, das wäre was. Oh Gott, ich dachte, das war nur ein Blatt, was gefleuchert in deiner Fackel. Ja, ich habe... Das wird halt schwierig, wenn wir sterben, wenn wir das Bild machen, dann zählt das Bild halt nicht das Letzte, ne? Was höre ich hier eigentlich gerade die ganze Zeit? Ich höre irgendwas, so als würde ein Drache gerade hier rumfliegen oder so. Ein Drache? Ja, so Flügelschlag oder so, weißt du? Ich höre das nicht, aber ich höre so Cave-Sounds-mäßige Sachen. Wir dürfen nicht weit weg vom Haus, ne? Oh mein Gott, man kann mit der Kamera auch übelst reinzoomen, das ist sehr praktisch. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich habe irgendwas gehört. Was ist das die ganze Zeit? Ich zeige euch Musik. Aus der Richtung kommen. Vielleicht so in der Höhle, vielleicht. Sollen wir später mal in die Höhle reingucken einfach? Vielleicht sind da mehr Monster. Nee, nee, ist schon okay. Boah, ähm. Ähm. Oh, mich zittert's. Das ist das Problem, mich zittert's. Ja, mich zittert's gerade auch ein bisschen. Vor allem, wenn man diese Fackeln in Hand hält, sieht man mehr, aber man sieht auch irgendwie weniger, you know? Ja. Was ist das ständig für ein Geräusch? Hast du es gehört? Ist halt jemand bei mir gesagt, komm outside. Ja, hast du es auch gehört mit dem Lachen? So ein Scheiß. Oh, Kiro, lass mal zusammenbleiben. Ist das stampfen? Und was? Und was? Okay, wir müssen ein bisschen zum Haus gehen. Komm, ein bisschen zum Haus. Ich glaube, es war eine schlechte Idee, diese Fotos hier zu machen, Junge. Vor allem, wir spielen das hier gerade auch. Es ist 23 Uhr gerade, es ist dunkel. Geht's mir doch gerade so? Ich sagte, wie es ist. Okay, es ist, äh, ich, äh, können wir... Ich sagte, wie es ist. Können wir einen Berufswechsel machen? Wäre das gut. Mit so Regen ist das schon cool, sage ich dir ehrlich. Hallo. Mit so Regen ist doch, ist doch weniger. Cool. Okay, die Schritte haben aber jetzt irgendwie aufgehört. Also, oh, jetzt höre ich sie wieder. Ja. Irgendwas ist in dieser Richtung doch. Irgendwas Großes. Ja. Das fang mit so ein. Weißt du, was nicht, Großes, Kirou? Meine Lust, das hier weiter zu spielen, diese Challenge. Ja. Du hast mich dazu eingeladen. Was soll ich sagen? Ich mach einfach, ich mach einfach, ich mach... Ich quitte das Game, wenn man das erste Monster kommt. Ich schaff's niemals ein Bild zu machen. Wie soll ich das denn schaffen? Niemals. Ich glaub, die beste Taktik ist, schnell Kamera raus, schnell klicken und dann rennen. Kirou, da ist was eingeschlagen. Blitz oder so. Was? Ehrlich? Ein Blitz oder irgendwie sowas. Irgendwas war da. Aber das war kein Blitz. Nee, hier, hier hat's kurz gebrannt und so ein... War da so... Was ist das? Okay, ich hab ein Bild gemacht. Ich hab ein Bild gemacht. Warte, wir gucken uns das zusammen an. Ich hab auch ein Bild gemacht, aber ich bin gestorben. Was ist das für ein Bild? Ist da was drauf? Wollt ihr das mal mein Bild anschauen? Einfach nur Blut. Das Bild ist... Das Bild zählt nicht von dir, aber das hier von mir, man sieht nur ein bisschen das Monster hier. Man sieht hier, glaub ich, deine Leiche gerade. Ja, gut, dann, das ist mein erstes Bild. Das ist mein erstes Bild vom Monster. Reicht das jetzt einfach mal ein? Es ist okay, ja. Es ist okay. So, eigentlich sieht man nur meine Leiche, um ehrlich zu sein. Ja? Ach, da war ich zu langsam. Ja, du warst das nicht zu langsam. Es ist aber trotzdem gruselig. Ja, aber da liegt einfach meine Leiche. Ja? Mein Gott, wer redet da schon wieder? Da redet jemand. Ich mag das nicht, Kirou. Ich mag diese Challenge. Woher kommen diese Schritte, Mann? Das macht mich voll nervös. Das macht auch wirklich gar keinen Sinn, dass ihr es macht... Ich bin der größte Schisser. Ich hab da Horrorspiele und alles. Und das macht jetzt vorm Schlafen gehen. Ich geh nachher einfach schlafen, Junge. Ich gucke unter mein Bett. Real, real Rap. Ich gucke unter mein Bett. Was ist das? Ich muss dich einfach vorschicken. Was? Warte, warte. Bild, Bild machen. Bild, 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 Bild. Warte, warte. Ich weiß nicht. Hab ich es geschafft? Wenn er kommt, mach die Tür zu. Mach die Tür zu, wenn er kommt. Jetzt, jetzt, jetzt. Bild, Bild. Warte, ich hab ein Bild. Ich hab auch ein Bild. Der kann, glaub ich, die Tür auch machen. Sieht man den? Ne. Hä, was ist das für ein Arschbild? Ein Bild? Da! Nein! Dein Bild ist viel geiler. Oh, mein Bild ist krass. Ich weiß gar nicht, was man auf meinem Bild sieht. Weg damit. Ich geh raus. Ich geh raus und mach ein Bild. Ich geh raus. Viel Spaß. Da ist keiner. Da ist keiner. Er ist weg. Ehrlich jetzt? Ich würde ehrlich gerne auf die Untersuchung gehen, was dieses Stammfen verursacht. Und wo kann es denn sein? Also es hat hier hinten halt angefangen, überwiegend, in der Richtung. Ja, aber ich sag dir, wie es ist, wie ruhig er warst. Ich auch. Weil meine Neugier gewinnt. Ich will das nicht. Aber ich will das nicht machen. Meine Neugier gewinnt. Dann gehst du aber vor. Dann kann ich wieder ein Bild machen, wie du gefetzt wirst. Sehr praktisch. Ja, es wäre schon für ein geiles Bild. Das passt. Das kommt auf jeden Fall in die Bild-Zeitung rein. Ohne Wirt im Wald von Monster zerfettet. War das ein Blitz oder ein Monster? Wenn Kiro zurückkommt, dann renne ich auch zurück. Was war das? Was war das? War das ein Monster? Nein. War das ein Monster? Nein, ich habe ein Foto gemacht. Da war ein Monster auf jeden Fall. Ich habe nichts gesehen. Das hat aufgehört, mich zu verfolgen. Oh mein Gott. Foto. Foto. Nein. Ich habe ein Foto von einem Monster. Ich habe ein Foto von einem Monster. Ja. 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 Kiru. Was ist das? Das gilt einfach nicht, weil du gestorben bist. Guck mal mein Foto. Guck mal mein Foto, Kiru. Ja. Guck mal meins. Krass. Wir sind so schlecht darin. Das ist aber gut. Bro, das ist ein Bein oder so. Nein, da ist ein Kopf drauf. Aber warum ist hier alles rot in dem Haus? Ich habe ein bisschen nachgeblutet noch. Okay. Dann wurde ich hier gekillt. Dann mach es weg. Mach es weg wieder. In den Müll damit. Ist hier der Müll? Nein, das ist meine Kiste, wo die Bilder reinkommen. Ach so. Okay, also ich habe schon mal ein Monster richtig drauf. Aber ich habe wirklich, ich verstehe jetzt warum bei diesen echten Monstersichtungen Bildern, dass die es immer so schlecht sind. Diese Aufnahmen. Ich kriege einfach nicht die Chance. Wirklich, ich merke das gerade. So Lochwest Bilder oder so. Alter. Bild, 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 Bild. Du hast reingeguckt. Nein. Nein, 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 nein. Geh rum. Geh rum. Geh rum. Geh rum. Komm rein. Ich lauf. Ich lauf. Ich lauf. Komm rein. Sag die Tür zu. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Oh, das Bild ist so gruselig. Ist er doch da? Ist er doch da? Das Bild ist so gruselig. Geh ich mal raus. Da ist er. Ne, ich save erst mein Bild. Da ist er. Oh mein Gott. Boah, ich glaube, das Bild ist richtig gut geworden. Hier, guck mal. Da wirst du gesplädert. Guck mal hier. Ja, aber deine Bilder sind stark jetzt, ne? Ja, das ist mein erstes gutes Bild. Das hier mache ich mal weg. Das kommt in den Müll bei mir. Aber guck mal, das hier ist auch krass. Guck mal hier. Man sieht so dieses Gesicht da so. Oh ja, die Augen, das Gesicht. Boah, Digga, das sieht richtig krass aus. Hey, kannst du mal deine Leiche da wegmachen? Ja. Warum dabbt meine Leiche? Sie hat einfach gedabbt, Bro. Äh, hast du die Tür? Ey, das war meine, fuck it. Gib mal. Ne, das war meine. Nein, nein, wo ist denn meine? Deine ist da draußen. Wieso platziere ich die die ganze Zeit aus? Genau. Aus Panik. Ich schaff's einfach wirklich. Ich schaff's die ganze Zeit nicht ordentliche Bilder zu machen. Es ist krass. Komm mit, komm mit. Ich, wir gehen. Bro, können wir endlich mal schaffen in das Richtung der Stampfen, der... Weiß schon. Ja, aber ich mache zuerst. Zuerst mache ich mir ein Stil da drauf. Ein Sebiya mache ich da drauf. Juroko, bist du? Ah ja, okay. Ja, wir gehen in Richtung des Stampfens mal. Jetzt hat er aufgehört. Sterben dann vermutlich. Ah, jetzt ist er. Leute, die Katze. Katze? Wo? Hast du gerade die Katze nicht gehört? Da? Nee. Teil sogar. Sicher, dass es eine echte Katze ist und nicht irgendein Skinwalker, Junge? Kann gut sein. Lass mal untersuchen. Boah, das ist creepy hier, Digga. Hier unten habe ich irgendwo die Katze, glaube ich, gehört. Oh, da, ich dachte gerade, da baut irgendwas was ab, aber das war es einmal du. Ähm, ich glaube, die Katze war nicht echt. Ja, perfekt. Die Katze war, aber ich war die Katze. Weißt du, was richtig smart wäre, wenn man die ganze Zeit in der Kamera einfach rumlaufen würde, dann nochmal die ganze Zeit tot. Aber ich glaube, das gilt nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen unfair. Ja, ja. Das Stampfen ist... Wir müssen sagen... Moment, das Stampfen ist weg. Nein, 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 da war es schon. Hier ist es wieder, hier ist es. Ich tauchte anscheinend wieder auf. Ist das wirklich ein Monster, wo man hingehen kann, oder ist das einfach nur ein Soundeffekt? Ich habe das halt noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob das nur ein Soundeffekt ist. Du hast es noch nie gehört in dem Mod hier? Ich dachte, du hast es schon mal gespielt. Ja, habe ich. Deswegen sage ich ja, ich habe es noch nie gehört. Oh nein. Geil. Kiro, weiter mal, wir verlaufen uns gerade voll. Ich weiß gar nicht mehr, wo unsere Hüte ist. Alter, sterben, dann sind wir wieder da. Ja, aber dann hat man ja das Bild... Das Gruselgesicht. Nicht reinschauen! Hab reinguckt. Hab reinguckt. Ich glaube, wenn es ausgeschlossen ist, dann... Du stirbst sowas von. Er ist weg. Oder so. Egal, ich habe das Krasse Bild. Nein, nein. Das Bild ist... Das Bild ist so scheiße, Kiro. Das Bild ist so scheiße. Ein ordentliches Bild von dem Ding machen kann, ne? Äh, vielleicht... Wo kommt dieses Stampfen her? Ich save mal jetzt mal mit dem Bild. Der ist ein Blitz eingeschlagen in dem Moment, wo ich ein Bild von dem Monster gemacht habe, ne? Ja, bei dem... Wenn man den sieht, dann schlägt da immer bei dem so ein Blitz... Ja, ja, aber es ist so unlucky. Man sieht nur den Blitz einfach. Ach, man darf das Ding nicht angucken. In die Augen mäßig. Das wird der... Uh! Das wird der sauer. Was ist das hier? Das ist einfach ein Bau. Oh, das war so schleimig aus. Hallo? Yeah! Warte mal. Aber meine eigene Stimme halt auch. Ja, das ist voll trippy. Das ist ja funny. Okay, irgendwie ist das Stampfen. Nein, nein. Das ist die ganze Zeit, aber es kommt nicht näher. Warte, hier wird es laut. Hier wird es lauter. Hallo? Ist denn das... Das ist das Iron-Hard-Digger? Das ist das... Senior Stampf? Ist das Sirenenkopf? Möglich? Wenn man manchmal eine Pfütze hört. Aber... Wenn der Boden so nass ist, dann hört man so... Matsch. Ja. Warte, hier wird es leiser, das Stampfen. Aber die Frage ist, wo ist unser Haus? In die Richtung. Okay. Ja, nicht durch Blätter gehen, sonst fällt man noch runter. Warte, hier ist eine Höhle. Ich glaube, hier ist eine massive Höhle. Da will ich richtig gerne reingehen. In diese Höhle, die sich einladen aus, Kiro. Warte, vielleicht kommt das Stampfen von hier. Ja, lass mal dem Stampfen eine Weite. Yeah! Junge, ich fühle mich wie in ein FL-Studio, wenn ich Hall-Effekt auf meine Stimme gelegt habe. Das war es anscheinend schon. Das Stampfen ist hier aber auch gar nicht da gewesen. Also ich glaube, es ist nicht ein permanenter Sound-Effekt. Das ist schon irgendwie ein Monster. Warum sollte das Monster dann nicht aufgetaucht sein? Boah, der reizt sich da reinzuschubsen, weil er jetzt so... Monster! Hallo! Gibt es eigentlich auch nette Monster, die so einfach... Oh, oh, es ist dunkel hier. Alter! Geistli, mütli! Hier, aber es macht aber keinen Sinn, was wir machen. Weil wir, wenn wir jetzt sterben, wird es so 100 Prozent. Ja! Und wenn wir sterben, haben wir kein Bild. Ja! Das macht ja keinen Sinn. Tatsache! Lass mal wieder aus dieser Hölle rausgehen, Junge. Ich sag's, wir sind... Das ist mir zu gruselig. Das ist übertrieben creepy. Lass mal, komm wieder raus, Kiro. Nein, auf hier! Ich bin bei der Hölle zugehn, Junge! Nein, warte mal, wo ging es raus? Hier doch, oder? Hinter uns! Nein, hinter uns! Hinter uns, das machst du, Kiro. Hinter uns. Ja! Das ist nicht hier? Warte mal, hier geht's auch... Oh mein Gott, Kiro! Da ist ein Monster. Da hängt ein Monster. Ich schwöre, dass du das hielt. Wo? Ich hab irgendwas gehört. Wo? Ich hab irgendwas gehört. Ich schwöre, dass ich was gehört. Da war so... Genau. Hier geht's auch raus. Hier geht's raus. Hier geht's raus. Komm, komm, komm. Oh Gott! Ich dachte schon, die Oberfläche wäre gruselig. Äh... Guck mal, hier ist ein Dorf oder so? Villagerdorf oder sowas? Pass mal dahin. Hier Villagerdorf? Eigentlich nicht. Aber das ist wirklich eins. Nicht, dass das ein Fake Villagerdorf ist. Würde ich dir diesem Modpack zutrauen. Das ist ja aber alles zu verlassen. Ja, hier ist keiner mehr. Die wurden alle gegessen, Junge. Wir finden halt nie wieder zurück. Oh, das Stampfen! Verfolgt das uns? Wenn wir hier stehen bleiben. Meinst du, das Stampfen kommt? Oh mein Gott! Das ist ja wirklich! Das ist ja... Das war nur ein Joke von mir. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ja auch. Ich habe das beste Foto jemals. Oh was? 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 Was soll... Er ist einfach... Guck mal hier. Oh. Das ist eigentlich voll schlecht. Guck mal, mein Bild. Das ist ja auch voll schlecht. Ja, wie meins. Das ist auch voll schlecht. Okay. Kommt in die Mülltonne. Ist sowieso nicht... Aber wieso konnte der uns killen durch das Haus? Oh Gott! Ach, ich habe schon wieder zu spät. Bro, dieser Typ ist so asozial, man. Der hat mich... Guck mal, mein Bildschirm. Es bist schon wieder nur du. Diese Kamera... Schlechte Qualität, Digga. Es ist wirklich unglaublich. Bro, mich hat es gerade sauber rissen. Also, wenn dir das gerade passiert wäre, was mir gerade passiert ist... Ja. Es macht keinen Spaß. Bro, das heißt, wir haben ihn jetzt... Der war die ganze Zeit hier irgendwo und wollte uns schnappen. Jetzt haben wir ihn einfach zu diesem einen einzeln leerstehenden Haus für Familie 3000 Euro Miete Kalten München gelockt. Ja, Reduck. Okay. Kommt hier an der Sonne, kommen da auch Monster? Selten, aber ja. Weißt du was? Lass das nächste Bild entscheiden. Wie? Das nächste Bild denn? Ja, weil wir jetzt beide haben wir... Du hast einen Punkt und ich habe einen Punkt. Lass das nächste Bild unsere Entscheidung sein einfach. Jetzt schon? Bist du dich sicher? Ja. Ich glaube, noch eine weitere Nacht oder so. Ich kann es nicht psychisch. Das macht mich jetzt so fertig, Alter. Ich habe vorher den Jumpscare meines Lebens bekommen. Ich kann gerade nicht mehr normal sitzen. Weißt du, was mein großes Problem ist? Ja, bitte. Und ich höre, glaube ich, wieder das Klopfen. Ich glaube, Siren Head ist... Oder war das mein... Du hörst, du hörst, glaube ich, bloß ein Herz. Kann gut sein. Geh du mal raus, geh du mal raus, geh du mal raus. Hallo. Schau mal nach. Bleib mal draußen. Nein, 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 nein. Ich mache das nicht. Jetzt bleib mal draußen. Junge, ist mir egal. Ich mache das nicht für Content. Ich scheiße mich ein. Ich mache das nicht. Ich gucke hier durch die Fenster. Oh mein Gott. Hörst du Siren Head? Nein. Aus der Richtung. Komm mal raus. Hörst du, wie es da redet? Nein. Ich höre da einen Radiosender reden. Bro, Siren Head ist mies nah dran. Dahin leuchtet irgendwas. Ey, was für das Radiosender, Bro. Frippst du gerade pranks? Wieso hörst du das nicht? Ich höre nix. Ist das ernst gerade oder was? Ja. Ich höre nix. Oh, der ist hier irgendwo. Nein. Ich habe es gerade einfach... Oh, ich höre das Stichernstampen sehr laut. Ja, ja, der ist hier irgendwo ganz nah. Der ist hier irgendwo. Bro, wir müssen sofort in den Müllheimerspringen, dann kriegt er uns nicht. Hier, oh. Wir müssen rückwärts. Geh'n Schritt nach innen. Wo kommt der her? Der ist hier links, glaube ich. Oh, oh. Lass mich doch nicht im Stich. Jeder Reporter für sich selbst. Guck mal, was ist der Müllheimer rausgegangen? Was ist mit dir? Bro, ich scheiße mich gerade übelst ein. Was haben wir denn das hier? Soll ich mit den Fackeln? Hä? Glücklich werden. Trieb mal raus. Ich bin die ganze Zeit vorgegangen, jetzt bist du mal dran. Ich platziere Fackeln, damit wir was sehen können. Mach das. Meinst du die Fäden und Bethel, deine Fackeln hier drin? Weiß ich nicht. Das ist mir gerade zu gruselig. Bro, das ist gerade zum Next Level. Oh mein Gott. Das sind richtige Psychospiele, die dieser Siren Head mit uns macht. Was soll denn das? Der soll einfach herkommen, ein bisschen rumtröten. Wir machen ein Bild. Der soll ja jetzt auf PVP kommen, der Loser. Ja, lass mal Bad Work. Ich will hier nicht mehr diese Horrorspiele spielen. Das war das letzte Horrorvideo, Leute. Schreibt in die Kommentare, ob ich nochmal ein Horrorvideo machen kann. Ich kann hier nicht für Content performen oder so. Ich muss hier mich wirklich konzentrieren, mich nicht einzuscheißen. Das ist zu heftig für mich. Das ist zu heftig. Oh mein Gott. Kann es sein, dass es wieder Tage lang war? Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall. Es ist eine sehr lange Nacht. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Greeter? Aus der Richtung. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Sag ich doch. Da redet jemand. Sagt Siren Head, follow me? Nee, nee, nee. Das sagt der Mimiker. Was wenn wir mehrere Monster auf einmal haben. Das könnte das beste Bild sein oder das letzte, was wir jemals machen. Oh oh. Ist er da? Oh oh. Die Rehenkorb, wo bist du? Ich meine, ich habe sein Gesicht da unten irgendwo rumlaufen sehen. Oh oh. Das kommt auch hier näher. Wir hören doch die ganze Zeit. Kann er jetzt mal mit seinen dicken Armen kommen? Der ist unter uns. Oh mein Gott. Bro, bro, bro. Augen links von uns. Links von uns. Da. Komm her. Da, da, da. Links von uns. Die machen Bild. Oh nein. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Okay. Okay. Komm rein jetzt. Komm jetzt rein. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Du Arschloch. Zeig dein Bild. Zeig dein Bild. Zeig dein Bild. Hier. Siehst du die Augen? Oh mein Gott, ja. Siehst du die Augen? Komm mal hier. Digga, ich hab dich so gerettet. Ich hätte, oh du Penner, das ist so ein gutes Bild. Mein Bild ist tausendmal besser. Ich hätte viel. Oh Gott. Bild, 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 Bild. Bild, 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 Bild. Ich hätte deren viel kreises Bild machen können, aber ich hab dich gerettet, Bruder. Ich hab dich gerettet. Kuss. Okay, ich hab ein gutes Bild, glaube ich. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh nein. Sein Mund. Guck mal, meins. Guck mal, meins. Oha. Krass. Oha. Da ist noch mehr Auge drauf. Lass sammeln. Ich sammeln. Ich sammeln. Ich pack die da bei mir rein, alles. Okay. War das da oben von mir, das Bild? Nee, das hast du mir gerade einfach geklaut. Nee, nee, das ist da oben, mal meins. Wo ist meins hin? Wo ist noch meins hin? Oh mein Gott. Siren Head. Warte, wo ist denn dein Bild? Ah, hier, warte. Da. Oh mein Gott, hörst du Siren Head. Okay, ich hör den Radiosender. Yo, kannst du bitte einmal, kannst du Beat It von Michael Jackson spielen, Siren Head? Beat It. Lass mal dahin, lass mal dahin. Spiel mal The Root Sandstorm, bitte. Nein, kannst du mal verzweigen? Warte mal, ein Bild von Siren Head ist der Gewinner, Bro, jetzt komm. Nee, die Zuschauer müssen das safe entscheiden, wer der Beste ist. Wir müssen gleich vergleichen. Wir vergleichen gleich, Leute. Guck mal, der Hände ist aber auch ein Dorf. Ist der da unten? Ist er hinter uns? Die bessere Frage. Also ich hab das aus der Richtung gehört. Der ist safe irgendwo rechts. Siren Head, wo bimmst du? Ich frag mich wirklich, wie Leute diese Challenge hier alleine spielen. Ich würde das niemals alleine machen. Real Talk, ne. Ich kann, also ich schaff das auch 0,0 allein. Vor allem auch, wenn ich das Intro oder so aufnehmen muss oder so für das Video hier. Ich mach das nicht. Ich mach einfach hier Clips aus dem Videomaterial, Leute. Ich mach das hier nicht. Ich geh hier nicht nochmal in die Welt alleine rein. Das könnte knicken. Ich schau gerade, wo Siren Head ist, Mann. Der lässt sich auch die ganze Zeit nicht blicken, ne. Der macht die ganze Zeit so auf teuer. Der macht richtig auf teuer, macht der. Warte mal, da war doch was. War da was? War da eine Ratte? Ne. So aus wäre da so irgend so ein Hund oder so lang gelaufen. Aber ich glaub, ich trip einfach. Digga, aber die Katzengeräusche vorher auch. Oh, der imitiert Geräusche, ne? Siren Head. Der imitiert Geräusche von Mops. Dann wird die Katze von ihm gewesen sein. Wie gruselig. Ey, warum sind da hinten Fackeln? Geht die platziert? Nein, die Katze war nicht von mir. Hast du den Hund gerade gehört? Das war auch Siren im Kopf. Lass weg, lass weg, lass weg. Wir müssen das Bild halt safen, ne? Wir müssen ein bisschen weiter zurück zum Haus. Der wird gleich jeden Moment zu unserem Haus gekommen. Und dann müssen wir hinten auch... Glaubst du? Muss hier irgendwo sein. Ich glaub, der hält sich generell öfter bei so Häusern auf. Kann das sein? Ich glaub auch. Oh mein Gott, hier wackelt die Kamera. Hier ist er irgendwo in der Nähe. Wo ist er? Wo da oben? Ich hab ihn. Jero, er ist über dir. Renn, 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 renn. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab ein Bild von ihm. Ich auch. Er ist über dir. Er läuft in unsere Richtung langsam, aber... Oh mein Gott. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh nein. Oh nein. Fastbridge, Fastbridge. Ich bin nicht Wully, Fastbridge nicht. Weg, weg, weg. Okay, okay. Ich guck mein Bild an. Ich hoffe, mein Bild ist auch gut. Mein Bild ist okay. Das wird jetzt, das ist jetzt die Entscheidung. Oh mein Gott, das sieht richtig episch aus, mein Foto. Ritok? Warte, zeig, 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 zeig. Hier, guck da oben. Der ist so, man sieht ihn so hinter den Bäumen herlaufen. Warte, geh mal weg mit deinem Namensschild. Ne, meins ist krasser. Meins ist krasser. Hier, der ist da einfach, oder? Oh mein Gott. Ja, ja. Der ist da einfach. Das ist krass. Das ist krass. Okay, aber ich würde sagen, die Leute müssen entscheiden. So Leute, ihr schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, welche sind besser. Ich muss nochmal meine Bilder ganz genau zeigen. Ja, ja, mache ich gerade. Das hier. Das hier mit Siren Head. Das hier, wo ich gekillt werde von dem Monster. Und das hier. Oder sind meine besser. Das hier von dem Monster. Das hier von Siren Head. Das hier von diesem komischen Wurstmonster. Und das hier von der Horrorschnute da. Schreibt in die Kommentare, was das beste Video war. Danke für Kiro, dass er dabei war. Lass unbedingt ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Hanlik. Und ciao. Tschüss.